Was geht ab? Ich bin Jamal. Man kennt mich auch als Jamule. Ich bin 26 Jahre alt und mache Deutsch-Web. Auf jeden Fall war es direkt so familiär. Es hat sehr Spaß gemacht und ich konnte halt direkt auch meine Sachen entscheiden, die ich so wollte. Das war schon sehr cool. Das heißt, ich konnte direkt auch mitsprechen und alles wurde dann auch so umgesetzt, wie ich es wollte. Und ich glaube, jeder ist glücklich mit den ganzen Sachen. Und die Sachen werden auch sehr nice. Wo bist du zuhause? Düsseldorf, bei mir in Nordrhein-Westfalen. Das ist die Heimat. Ich glaube, der Moment, als mein Traum Realität wurde. Das war sehr verrückt. Meine Texte entstehen durch Erlebnisse. Lieblingsmusiker? Boah, es war so zwischen Lil Wayne und 50 Cent, würde ich sagen. Fun ist? Fun ist, das Leben ist Fun. Fun ist Leben. Instagram oder TikTok? Instagram. Sweatsuit oder Anzug? Das ist ein Unterschied. Aber Sweatsuit, ja. Das ist entspannt. Wein oder Bier? Wein. Glas halb voll oder halb leer? Glas halb voll. Aber ich trinke es eigentlich immer aus. Große Bühne oder kleiner Club? Das ist ein Unterschied. Ich denke, es kommt auf die Crowd an. Auf jeder Bühne fühle ich mich wohl. Lieblingsrapper? Jamule. Was geht ab, Leute? Jamule hier. Die Kollektion mit mir und QS ist ab sofort erhältlich. Ihr könnt euch hier jetzt im Shop bestellen. Nein, nein.